Hallo liebe Kinder, wir haben heute der Afe. Der Afe ist braun oder schwarz. Er kann laufen und klettern. Er frisst, bepflanzt, Fleisch und Bananen. Und jetzt die Fragen. Nummer 1. Welche Farbe hat der Afe? Der Afe ist braun oder schwarz. Nummer 2. Was kann der Afe machen? Er kann laufen und klettern. Nummer 3. Was frisst der Afe? Er frisst, bepflanzt, Fleisch und Bananen. Danke, tschüss. Nummer 3. Was kann der Afe machen?